Ich frage manchmal in meinen Workshops, liebe Führungskräfte, mal ganz kurz eure Einschätzung. Wie viel Prozent eurer täglichen Arbeitszeit verwendet ihr für echte Mitarbeiterführung, also in Entwicklung? Meistens einigen wir uns auf so einen geschönten Wert von 10 Prozent der Arbeitszeit. Und da muss ich sagen, hey, das ist wenig. Also so kannst du keine Menschen entwickeln, wenn du die sozusagen nebenbei mitlaufen lässt, wie so ein Vater mit zehn Kindern und kann sich um keins wirklich kümmern. Hallo und herzlich willkommen zu Alles geregelt, der Arbeitgeber-Podcast der IKK-Klassik. In unserem Podcast befassen wir uns mit Themen und Fragestellungen, die für alle interessant und wichtig sind, die in Führungsverantwortung oder unternehmerischer Verantwortung stehen oder gerade auf dem Weg dorthin sind. Denn heute geht es um das Thema Führungswerkstatt, bei der wir besprechen, wie Nachwuchskräfte im Handwerk aufsteigen und zu Führungskräften werden, die sich erfolgreich den heutigen Anforderungen an einen Handwerksbetrieb stellen. Ich bin Kai Holm, Trainer im Bereich Personalentwicklung bei der IKK-Klassik und meine Gäste sind online zugeschaltet. Armin Hering, Coach für Führungskräfte und Experte der IKK-Klassik, Führungswerkstatt. Hallo Armin. Ja, hallo Kai. Freue mich bei euch zu sein. Dann haben wir als Gast hier live vor Ort Oliver Oetken, Dachdeckermeister, Unternehmer, Autor, Redner und Gründer der BHWD. Kommt aus Kerpen, habe ich mir notiert. Genau, Kerpen bei Köln. Danke, dass ich hier sein darf. Herzlich willkommen. Und dann haben wir zu Gast Benjamin Wichern. Und der hat sich nach 17 Jahren in der Industriebranche für einen Quereinstieg ins Handwerk entschieden. Er macht gerade seinen Meister und wird den Familienbetrieb Meierbedachung übernehmen. Hallo Benjamin. Hallo Kai. Freut mich, da hier zu sein. Ja, ich freue mich auch, dass ich hier so illustre Gäste habe. Und wenn ich dann mal in das Thema direkt einsteigen darf, Führungspositionen im Handwerk erfolgreich meistern, das soll so ein bisschen die Überschrift sein. Oliver, wie kann das gehen? Das ist eine Aufgabenstellung, die wirklich schwierig ist, weil es ja auch auf die Personen ankommt. Denn es ist so eine Charaktere, eine kleine Anekdote aus meiner Geschichte. Als ich noch jung war und angefangen habe bei uns im Betrieb, habe ich viel verändern wollen, habe ich viel bewegen wollen und so weiter. Da musste ich schon lernen, mich zurückzunehmen. Also es sind also nicht nur die fachlichen Kompetenzen, die man dann auch wirklich braucht, sondern auch noch gerade Führungsverantwortung bedeutet ja auch irgendwo die Richtung auch immer mal so ein bisschen anzugeben. Und das muss man auch erlernen. Das kann man nicht von jetzt auf gleich und vor allen Dingen lernen wir es nicht in der Schule. Lernen ist, glaube ich, an der Stelle gutes Stichwort. Amin, da will ich mal direkt zu dir rüber schalten, was denn das Wort ist. Was sind denn Erfolgsrezepte, um genau das zu tun? Ja, Kai, das ist eine spannende Frage, denn was ist ein Erfolgsrezept für gute Führung? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, denn Führung besteht ja nicht nur aus Anweisen und Unterweisen, sondern heutzutage auch sprechen wir über Dinge wie zeitgemäß oder kooperative Führung. Wir haben jüngere Generationen, die in ein Unternehmen hinein wollen oder von denen wir wollen, dass sie ins Unternehmen kommen und wir wissen das ja alle, dass vielleicht ein 20-Jähriger auszubilden oder ein 18-Jähriger nach anderen Prinzipien zu führen ist, wie vielleicht der Meister, der schon 30 Jahre in Betrieb ist. Es ist immer die Mischung aus guter Anleitung, Vorbildfunktion, aber auch Anleitung zur Eigenverantwortung. Das wird heutzutage immer wichtiger und das, denke ich, ist im Handwerk auch ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor. Benjamin, du hast das Ganze ja nun aus unterschiedlichen Perspektiven betreffend. Wenn ich dein Lebenslauf ja betrachte, von der Industrie in das Handwerk, machst gerade deine Meisterschule. Welche Erfahrungen hast du aus dieser unterschiedlichen Perspektive, was das Thema Führung dann angeht? Ja, Führung in der Industrie ist natürlich was ganz anderes als im Handwerk. In der Industrie gibt es ein Management, was runtergebrochen wird auf die einzelnen Abteilungen. Dann gibt es die Abteilungsleiter, dann gibt es die Meister, dann gibt es die Vorarbeiter, dann gibt es wieder in den einzelnen Teams irgendwelche Dockleiter oder Stationsleiter. Das kann man mit dem Handwerk natürlich gar nicht vergleichen. Da gibt es den Chef, dann gibt es noch einen Meister, dann gibt es einen Vorarbeiter und dann gibt es die Gesellen und die Azubis oder die Auszubildenden. Und jeder macht eigentlich seine Arbeit, die er erlernt hat, die er gut kann und die er mit ganzem Gewissen irgendwie ausüben möchte, um gute Leistung zu erbringen. Jetzt hast du natürlich dann den Blick in Zukunft auch auf die Führung eines Familienunternehmens. Also nicht nur die Tatsache, ich übe dann das Handwerk aus, sondern wie gesagt, du machst ja gerade einen Handwerksmeister und jetzt geht es denn darum, auch Mitarbeiter zu führen. Was steht dir da bevor? Eine große Veränderung, glaube ich. Vorher habe ich eine Tätigkeit ausgeführt und werde dann nach und nach in die Führungsrolle eingebracht. Mitarbeiterverantwortung, Aufträge heranholen, Kundenverantwortung, Kundenbetreuung. Das ist nur ein unheimlich großes Thema und ein wichtiges Thema. Nur mit Aufträgen mit Kunden kann ich eine vernünftige Firma leiten oder auch vernünftig aufbauen und auch beständig bleiben. Nur mit Aufträgen kann ich Mitarbeiter beschäftigen und nur mit Mitarbeitern kann ich Aufträge abarbeiten. Also das ist irgendwo ein Kreislauf. Genau, richtig. Oliver, wenn ich dich da direkt mal mit ins Boot nehme, aus deiner Erfahrung, bist ja auch Unternehmer, selbstständig, führst auch Mitarbeiter. Wie wird man denn vom Selbstständigen zum Unternehmer? Das ist die entscheidende Frage an der Stelle, glaube ich. Da muss jeder an der Stelle so für sich selber den Weg auch finden. Denn jeder ist ja auch ein Individuum und man muss so seinen Prozess eben halt entsprechend dann gehen. Also ich in meiner Zeit habe seinerzeit in einer Unternehmerrunde ganz viele Impulse für mich mitnehmen können, habe diese Impulse dann gecheckt, ob die für mich umsetzbar sind, ob die aufs Unternehmen, also aufs Handwerk auch passen und so weiter. Und habe dadurch extrem viel gelernt und viele Sachen, die ich vorher gemacht habe, anders gemacht. Habe sie alle in Frage gestellt, habe mich hinterfragt und habe also durch meine eigene Entwicklung im Endeffekt nachher auch dann eine Entwicklung in der Belegschaft einfordern können. Und ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Baustein, dass man erstmal bei sich selber halt einfach anfängt und eben schaut, okay, wir stehen jetzt hier an der Stelle. Was ist jetzt der richtige Weg für die Zukunft? Wie muss ich mich persönlich entwickeln, um dann, wie gesagt, den Rest des Teams dann auch mitzunehmen? Wenn du sagst, einerseits Verantwortung, das klang ja bei dir eben schon an, und den richtigen Weg finden. Armin, da möchte ich dich nochmal gerne mit in die Runde einbeziehen. Du hast vorhin von Rolle auch gesprochen. Und wenn ich hier meine Frage aufgeschrieben habe, wie werde ich vom Selbstständigen zum Unternehmer selbstständig impliziert, ja erstmal, macht das für mich, in erster Linie für mich. Und Unternehmer letztendlich ist das große Ganze inklusive der Mitarbeitenden. Und das macht dann ja Führung auch aus. Was ist denn das Besondere an der Rolle Führung? Ich denke, was Oliver eben gesagt hat, ist ein ganz wichtiger Punkt. Man fängt ja an, ich sag mal, relativ weit unten auf der Leiter, bekommt irgendwann die Verantwortung übertragen oder gründet ein Unternehmen. Und dann ist man vielleicht noch am Anfang in der Selbstständigkeit. Also selbst und ständig. Wir kennen diese Redewendung. Das heißt, ich kümmere mich um die Steuererklärung. Ich kümmere mich um die Neukundengewinnung, um die Materialbeschaffung, um die Arbeitsplanung und, und, und. Bis hin zum Urlaubsantrag, den ich freigeben muss. Und wenn das Unternehmen wächst, dann wachsen auch meine Verantwortungen natürlich. Und es gibt diesen schönen Ausdruck, als Führungskraft nicht im Unternehmen arbeiten, sondern am Unternehmen arbeiten. Und ich kenne eben ganz viele Inhaber von Handwerksbetrieben, die noch ganz viel in der Materialbestellung hängen. Noch, ich sag mal, die Arbeitseinteilung bis ins Detail durchplanen, anstatt zu erkennen, ich habe doch gute Mitarbeitende, die ich entwickeln kann, die mir diese Arbeiten abnehmen können, damit ich mich endlich mal um die Projekte kümmere, um Neukundengeschäft. Ich glaube, abgeben fällt im Handwerk noch vielen Inhabern schwer, vielen Führungskräften. Das ist ja auch nicht ganz einfach. Man muss dann auch Mitarbeiter einschätzen können, wem kann ich vielleicht auch schon mehr Aufgaben zutrauen, wem muss ich vielleicht entwickeln, also sprich fördern oder auch schulen oder auch unterweisen. Ja, dann behalte ich doch lieber die Arbeit bei mir auf dem Schreibtisch, mit den tausend kleinen gelben Zetteln, die da immer noch liegen und dann beschweren sich die Mitarbeiter, dass der Chef den Kunden seit drei Tagen nicht angerufen hat. Und diese Muster, die versuche ich natürlich als Berater immer zu durchbrechen, indem ich die Inhaber immer an die Hand nehme und sage, so, jetzt räumen wir deinen Schreibtisch mal auf und jetzt gibst du mal Aufgaben ab. Du hast eben so schön gesagt, dass sich auch etwas verändert hat im Handwerk oder zumindest angedeutet. Und das möchte ich mal aufgreifen. Du hast eben gesagt, viele Unternehmer oder Selbstständige machen immer noch dieses und jenes. Und dieses immer noch, dieses und jenes impliziert ja auch, dass sich etwas tatsächlich im Handwerk verändert hat. Was hat sich denn im Aufgabenfeld der Handwerker tatsächlich in den letzten, jetzt nehmen wir mal zehn oder zwanzig Jahren verändert? Auch unter dem Aspekt, wie leite ich ein Unternehmen? Die Aufgaben werden immer intensiver, denn die Menschen waren früher doch sehr genügsam. Das heißt, sie haben genau gewusst, da ist ein Unternehmen, da verdiene ich meine Brötchen und da wird das gemacht, was gesagt wird. Und Leute, jeder Mensch ist ein Individuum, war es früher auch schon. Früher war halt da an dem Punkt eben die Präsenz noch nicht vorhanden. Die ist jetzt sehr stark vorhanden. Das heißt, im Grunde ist jeder Mensch einzeln zu behandeln. Das heißt, wir sind so in dieser Führungsthematik. Theoretisch kann jeder Mensch ja nur acht Menschen führen. Das ist ja so die Faustformel und der Anspruch wird da an der Stelle immer größer. Auf der anderen Seite haben wir immer mehr Einflüsse, die von außen kommen. Digitalisierung, wir haben komplexe Bauvorhaben, wir haben logistische Themen, wir haben Einkaufsthemen, wir haben auch Krisen, wie jetzt zuletzt Corona oder die Energiekrise und so weiter, die halt alle gemeistert werden müssen oder wollen auf jeden Fall. Und da stellt sich doch manchmal die Frage, wie viel kann dann so ein Selbstständiger, eine Selbstständige oder Unternehmerin, Unternehmer dann in Zukunft überhaupt noch schultern. Denn der Weg ist ja jetzt schon ein schwieriger und jetzt kommen Digitalisierungswahren. Also man muss ja manchmal Wahn nennen bei dem, was da alles so auf einen zukommt. Man ist ja ständig unter Zugzwang. Man ist ständig in der Bringschuld in der selbstständigen Position. Und es sind nur ein paar Aufgaben. Da sind ja noch viele mehr. Ich muss ja Rechtsanwalt sein. Ich muss Steuerberater sein. Ich muss und und und. Also ganz viele Punkte halt einfach. Und das ist schon eine Gemengelage, die ist schon einem Volumen an Aufgaben und an Inhalten angekommen, wo man wirklich sagen muss, okay, wie machen wir hier weiter? Und an welcher Stelle stehen wir überhaupt? Und letztendlich, da möchte ich mir nochmal das Thema Größe eines Unternehmens hier auch nochmal mit ins Spiel bringen. Ich glaube, solche Aufgaben kommen ja auf, egal wie groß ein Unternehmen ist. Und wenn ich natürlich ein Klein- oder Kleinstunternehmen habe, dann muss ich das genauso tun wie ein Unternehmen, das mit 50, 100 oder noch mehr. Der Kleinunternehmer oder die Kleinunternehmerin, die muss natürlich diese Aufgaben noch am Abend, also nach der Arbeit, der praktischen Arbeit quasi machen oder am Wochenende. Das ist natürlich ein riesen zeitlicher Aspekt auf jeden Fall. Und in den größeren Unternehmen ist das vielleicht dann nicht mehr der zeitliche Aspekt, aber die Volumina und die Risiken werden auch immer größer. So und die dann auch verantwortet werden müssen natürlich. Und von daher wiegt sich das dann irgendwo dann wieder auf natürlich. Aber man hat natürlich in der Ausführung, in der operativen Tätigkeit natürlich dann eine gewisse Reduzierung der Zeiten zumindest mal. Die Frage dann an dich, Benjamin, wie werden denn Handwerkerinnen und Handwerker auf alle diese Anforderungen vorbereitet oder wie gut in der Bewertung? Ich frage dich das jetzt speziell, weil du natürlich jetzt auch noch in der Meisterschule bist und quasi das live, farbe und ganz warm berichten kannst. Ja, die Meisterschule ist ja aufgeteilt in vier Teile. Es gibt den Teil vier, das ist der Ausbilderschein. Dann gibt es den Teil drei, das ist der kaufmännische Teil, BWL, Recht und Wirtschaft. Und dann gibt es Teile eins und zwei, das ist dann fachlich Praxis- und Theorie-nah. Im Endeffekt ist es ja alles theorielastig, ob es jetzt um Ausbildung geht, ob es jetzt um Recht geht, ob es jetzt um Wirtschaft geht. Das in die Praxis umzuleiten, ich glaube, das ist der schwierige und dieser Knackpunkt, den man irgendwie überbrücken muss und irgendwie durchspielen muss und irgendwie erfahren muss, wie kann ich meine Mitarbeiter da am besten drauf vorbereiten, was Vorschriften angeht. Und Vorschriften werden ja ständig geändert. So schnell kann man ja manchmal gar nicht irgendwie die Mitarbeiter neu schulen, wie sie geändert werden. Und das ist der große Knackpunkt, glaube ich, den viele, viele kleinere wie auch größere Betriebe momentan einfach machen und stemmen müssen. Und dementsprechend fallen die Mitarbeiter teilweise, glaube ich, echt hinten runter, was auch Schulung angeht und Fort- und Weiterbildung angeht, weil dieser zeitliche Aspekt da unheimlich eine große Rolle spielt. Du hast eben das Thema Ausbildung angesprochen, Oliver. Das möchte ich mit dir nochmal ganz kurz aufgreifen, gleich schon für die Hörer mit Blick auch auf unseren nächsten Podcast, weil das Thema Nachwuchskräfte da nochmal stark vertiefen werden. Wie ist es denn in Berufsschulen? Ist das Ganze praxistauglich? Ja, wir müssen uns schon hinterfragen, ob die Inhalte, die wir in den Berufsschulen vermitteln, und ob die genau das abdecken, was wir gerade brauchen oder ob sie vielleicht zu viel sind. Zwei verschiedene Punkte an der Stelle. Ich nehme es bei mir aus meinem Handwerk. Im Dachdeckerbereich wird halt sehr, sehr viel im schiefer Bereich, sowohl im Dach als auch in der Fassade halt eben geleert. Das ist wichtig, dass diese Kultur, das ist ja das, wo wir im Grunde herkommen, auch erhalten wird. Nur ich stelle mir schon die Frage, ob es sinnvoll ist, das über die nächsten Jahre und Jahrzehnte noch mit fast 50, 60 Prozent Anteil in den Prüfungen, sowohl in der Gesellenprüfung als auch in der Meisterprüfung noch zu bewerten. Ich glaube, da muss man ganz einfach mal drüber nachdenken. Wir haben viele moderne neue Produkte. Wir sind technisch viel weiter, als es seinerzeit gewesen ist. Und auf der anderen Seite ist Schiefer ein Produkt, was sehr hochpreisig ist. Das heißt, es wird alleine aus wirtschaftlichen Gründen in der Regel nicht angewendet, außer bei speziellen Bauten und so weiter. Und auf der anderen Seite muss man auch mal hinterfragen, wir haben auch da zwei Beispiele, wenn man Heizung-Sanitär einfach mal betrachtet. Wir haben so viele, wir haben Lüftungstechnik, wir haben Wärmepumpentechnik, wir haben Verbrennungstechnik, wir haben, ich weiß gar nicht, was es noch alles gibt im Heizung-Sanitär-Bereich und dreieinhalb Jahre Ausbildungszeit. So, und da muss man auch vielleicht mal fragen, ist denn die Ausbildungsdauer denn auch noch zeitgemäß? Oder das Volumina, was wir überhaupt noch beibringen. Und da springe ich noch mal kurz zum Dachdecker-Job rüber. Früher gab es nur eine Bitumbahn. Es gab im Steildachbereich eben Schiefer oder, ich glaube, Bieberschwanz gab es auch schon relativ früh. Dann kamen irgendwann die Ziegel. Dann gab es vier, fünf, sechs, sieben Produkte. Heute haben wir hunderte von Produkten, jeweils mit einzelnen Verlegeanleitungen, mit einzelnen Bearbeitungsschritten. Wir haben Fachregeln noch und nöcher, wir haben DIN-Normen und so weiter und so fort. Da muss man sich schon hinterfragen, ob man die Ausbildung gegebenenfalls etwas entzerrt, indem man sagt, okay, wir legen eben halt eine Grundausbildung klar und dann kommen Bausteine dazu. Dass man sagt, okay, das ist ein Spezialist für Flachdachabdichtung, das ist ein Spezialist für Schieferdächer, das ist ein Spezialist für Ziegeldächer. Oder im Heiz- und Sanitärbereich, was ja eigentlich noch gerade Energiewende noch viel relevanter ist, bei dreieinhalb Jahren Ausbildungszeit. Der Dachdecker hat ja nur drei Jahre, aber Heiz- und Sanitär sind dreieinhalb Jahre. Dass man da wirklich sagt, okay, wir haben Lüftungstechnik und wir haben erneuerbare Energien, das heißt also die Themen noch da mit rein oder Heizungssysteme mit den neuesten. Und dann gibt es dann die Techniker, die nur noch auf Wartung fahren, weil die anderen Anlagen eben halt dann irgendwann dann auch verschwinden werden, die Verbrenneranlagen. Das sind ja Ansätze, die wahrscheinlich sogar relativ einfach umsetzbar wären, die so wiederum auch eine Attraktivität des Berufes dann nochmal nach vorne bringen, aus dem einfachen Grund. Denn wenn eine Ausbildung dann nur noch zwei Jahre dauert oder zweieinhalb Jahre dauert und nicht mehr drei oder dreieinhalb Jahre dauert, dann ist ja die Überwindung zu sagen, ich mache dann jetzt die Ausbildung und hänge mich dann die zwei Jahre total intensiv da rein und habe dann die Möglichkeit, vielleicht in zwei, drei Jahren nochmal so einen Baustein nochmal dran zu hängen und bin dann nicht nur Flachdachabdichter, sondern bin dann auch noch, dann weiß ich nicht, Stalldachspezialist, wie auch immer man das nachher dann deklariert, dann ist das vielleicht nochmal ein Anreiz, den man einfach mal auf die Tapete bringen kann. Das wäre dann ja die Perspektive Nachwuchskräfte auf der einen Seite und die Fragestellung, wen brauche ich denn auch für die Zukunft, und wen stelle ich denn ein und was für ein Personal benötige ich. Wenn ich dieses Personal dann habe, Armin, was kann ich denn als Unternehmer, der Mitarbeiter in seinem Unternehmen hat, tun, um dann mit diesen Menschen auch dauerhaft im Unternehmen zu arbeiten? Du hast das Thema Führungswerkstatt, was machst du dort ganz konkret? Ja, vielleicht beantworte ich die letzte Frage einmal ganz kurz. Also mit euch, also der IKK Klassik, haben wir ja einige gemeinsame Schulungsbausteine entwickelt, die wir teilweise in Webinaren oder auch Präsenzveranstaltungen anbieten oder eben auch als Online-Kurse zum Thema Führung, Leadership. Und ich fand das eben ganz interessant, was Oliver sagte. Natürlich, der Unternehmer hat immer mehr Aufgaben, immer komplexere Anforderungen, die er bewältigen muss. Also, und sein Tag ist ja auch nur 24 Stunden lang. Das heißt, er ist irgendwo auch am Limit seiner Leistung. Umso wichtiger ist, dass er oder sie dann diese Hürde auch überwindet und diese Mauer durchbricht, zu sagen, ich muss es schaffen, auch wenn es mich am Anfang natürlich Zeit kostet, ich muss es schaffen, gute Mitarbeitende in meinem Unternehmen aufzubauen, denen ich auch Arbeit abgeben kann und auch Verantwortung abgeben kann. Damit ich mich dann wiederum genau um die Dinge kümmere, von denen ihr jetzt die ganze Zeit auch sprecht, nämlich mich mit neuen fachlichen Themen auseinandersetzen, Mitarbeiter qualifizieren. Und da passiert leider manchmal eben nicht das Richtige mit der richtigen Systematik. Ich will mal ein konkretes Beispiel nennen. Ich war vor, ich glaube, zwei Wochen etwa noch bei einem Betrieb in der Nähe von Bremen und habe mit dem Leiter der technischen Abteilung gesprochen. Der sagte, ja, das Problem ist, meine Mitarbeitende können nicht an allen Maschinen, die wir im Betrieb haben, gleichermaßen Wartungsarbeiten durchführen. Das heißt, ich bin immer gefragt. Also er als Leiter dieser Abteilung hat ständig dieses Dilemma, dass er nicht zu seinen eigentlichen Aufgaben kümmert, weil mit gewissen Maschinen nur er sich gut auskennt. Dann haben wir uns hingesetzt und haben wirklich mal anhand einer kleinen Matrix, also auf der einen Seite den Namen der Mitarbeiter und auf der anderen Seite die verschiedenen Maschinen, Maschinentypen, Elektrik, Hydraulik und was so für Dinge zu tun sind, aufgeführt, haben wirklich mal eingekreuzt, in welchen Bereichen hat welcher Mitarbeiter Defizite, aber vielleicht auch Neigung, das zu erlernen. Und jetzt wirklich einen Schulungsplan erstellt für das nächste halbe Jahr, was sich natürlich Zeit kostet. Er muss die Mitarbeiter freistellen für die Schulungen und, und, und. Aber nur so durchbricht er dieses Dilemma, dass er sich immer um alles kümmern muss, weil sonst kein anderer kann. Und das ist ganz wichtig. Also anleiten und dann auch wirklich abgeben, Eigenverantwortung fördern. Sonst hat jede Führungskraft auf Dauer Schwierigkeiten. Es kann nicht jeder Urlaubsschein, jeder Kaufantrag, jede Reklamation, alles durch die Hände des Chefs gehen. Da säuft er regelrecht ab. Das geht nicht. Ich möchte das nochmal direkt aufgreifen und vielleicht noch einen obendrauf tun. Der Chef ist ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle natürlich Experte, logischerweise, sonst würde er das Unternehmen ja auch nicht führen. Aber vielleicht macht er die Aufgaben ja auch besonders gerne und möchte nicht loslassen. Ja, natürlich, ganz klar. Ich meine, wir sind doch in unseren Berufen, weil wir die Arbeit, also die Tätigkeit leben und nicht die Verwaltung dieser Arbeit. Das muss sich natürlich jeder auch klar machen. Also natürlich, wenn ich einen Installationsbetrieb habe mit zwei Gesellen, da bin ich selbst auch noch viel draußen beim Kunden und kann auch noch ein bisschen löten und klemmen und installieren. Aber sobald ich natürlich, Oliver nannte eben so eine Grenze, so sieben, acht Personen führe, bin ich eben schon ja an so einem Punkt, wo ich das schon alleine fast gar nicht mehr kann. Da brauche ich den Meister, weil auch damit ich schon wieder an meinem nächsten Limit bin. Denn ja, als Inhaber eines Handwerksbetriebs bist du heutzutage echter Unternehmer mit allem dem, was ein Unternehmertum auch fordert und leider auch Schreibtischarbeit. Aber das ist ja nicht nur im Handwerk so. Also ein moderner Landwirt sitzt heute mehr Stunden am Tag teilweise am Schreibtisch als auf dem Traktor. Und das ist auch psychologisch ein großer Unterschied, denn der Handwerker, die Handwerkerin, die vorher praktisch tätig war und am Ende des Tages dann ein Ergebnis gesehen hat, sitzt auf einmal am Schreibtisch und hat kein Ergebnis mehr. Beziehungsweise ein Ergebnis, was aus der Perspektive gesehen nicht werthaltig ist, sondern ein wichtiger Punkt dabei, die Veränderung, die dabei stattfindet. Nicht werthaltig, vermutlich nur Zahlen oder einen Antrag, ein Formular oder sonst irgendetwas, wo vielleicht noch ein Ergebnis von dritter Stelle noch aussteht. Mehrfach klang hier jetzt in der Runde schon der Begriff Eigenverantwortung an oder andere anzustiften auch zur Eigenverantwortung, bestimmte Dinge zu tun. Hier eben das Beispiel, Armin, mit den unterschiedlichen Maschinen. Wenn ich mir das Handwerk so insgesamt angucke, was kann man denn Selbstständigen im Handwerk oder den Inhaberinnen und Inhabern von Handwerksbetrieben denn noch zumuten? Ich glaube nicht mehr ganz viel, was so sein Tagesgeschäft ist. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, das, was der Unternehmer, der Chef quasi jetzt an Aufgaben hat, das füllt seinen Tag mehr als aus. Die acht Stunden... Also Langeweile geschieht nicht, um das auf den Punkt zu bringen. Auf gar keinen Fall. Also ich werde jetzt ja schon langsam mal in diese Rolle mit reingebracht von meinem jetzigen Chef, dass ich auch so Bauleitungen übernehme. Ich bin noch mit auf der Baustelle und ich mache dann aber auch schon Büroeinarbeitung für die Zukunft quasi. Und ich kann sagen, meine Tage enden nie vor zwölf Stunden, weil ich bin acht Stunden auf der Baustelle und dann mache ich tägliche Nachbereitung, Aufbereitung der Baustelle, plane den nächsten Tag. Was brauche ich an Materialien für den nächsten Tag? Was stehen für Arbeiten am nächsten Tag? Wie viele Mitarbeiter brauche ich für den nächsten Tag? Nach den acht Stunden praktische Arbeit kommt das dann noch on top. Und das verlangen ja meine Mitarbeiter dann halt auch von mir, dass sie morgens zur Arbeit kommen und wissen, was Phase ist, wie sie agieren müssen und wo sie hinfahren und was sie am heutigen Tag machen sollen. Nicht jeder ist zu 100% eigenverantwortlich. Manche Mitarbeiter wollen einfach nur auf der Baustelle fahren und ihre Arbeit durchführen. Und manche saugen das ja quasi auch wirklich auf und sagen, ich möchte mehr Verantwortung haben. Ich möchte eine leitende Position auf der Baustelle übernehmen und so weiter. Aber es gibt halt beide Personengruppen. Und da sind wir ja genau beim Knackpunkt, Stichwort Führung. Oliver, wie greifst du denn dieses Thema bei dir auf vor dem Hintergrund Eigenverantwortung? Ich bin ein Freund vom kalten Wasser. Wenn bei uns jemand in die Ausbildung kommt, dann bekommt er sofort in irgendeiner Form eine Verantwortung. Ob es jetzt eine große oder eine kleine ist. In der Regel sind es natürlich kleinere Sachen, die sich dann immer weiter steigern. Aber es gibt immer direkt von Anfang an konkrete Aufgabenstellungen, konkrete Themen, die eben durch die Auszubildenden dann eben halt getragen werden. Das heißt also, auch wenn Berufsschule dann ist, zu dem Zeitpunkt, dann ist das an den zwei Tagen nicht gemacht worden. Dann muss das nachbearbeitet werden. Ist am Anfang natürlich ein gewisser Druck, der dann dadurch erzeugt wird. Auf der anderen Seite ist es aber dann auch so, dass die jungen Leute dann auch direkt spüren, sie sind wichtig, sie gehören zum Team dazu, sie gehen mit nach vorne. In der Regel nehmen sich die jungen Leute dann auch diese Aufgabenstellung auch an. Qualität lassen wir mal außen vor, mal richtig gut, mal auch mal daneben. Das passiert nun mal halt, je nachdem, welche Aufgabenstellung es ist. Aber dadurch beginnt ein Denken oder eine Tätigkeit oder ein Muster einfach sich zu entwickeln, dass es nicht nur da ist, ich komme dahin, ich sitze meine Zeit ab und fahre wieder nach Hause so ungefähr, sondern wirklich, ich bin hier, ich bin wichtig und ich muss meine Impulse hier entsprechend liefern beziehungsweise meine Aufgaben erledigen. Und wenn ich das nicht tue, haben wir alle als Team ein Thema oder ein Problem. Armin, was ist deine Botschaft an deine Klienten, nicht nur im Rahmen der Führungswerkstatt, jetzt bei der IKK Classic, sondern grundsätzlich, wenn du als Coach oder Berater unterwegs bist? Meine Kernbotschaft ist erstmal, das ist auch ein tiefer Glaubenssatz, du kannst jeden Menschen motivieren. Natürlich, Benjamin, was du sagtest, das ist natürlich unterschiedlich, stark ausgeprägt bei den Menschen. Der eine hat Lust, auch Führungsverantwortung zu übernehmen, der zieht dann sozusagen die Dinge auch an sich und andere tun sie da etwas eher schwerer. Es gibt ja diesen Begriff des situativen Führens. Das heißt, man behandelt nicht alle Menschen gleich in seinem Team, sondern schaut, auf welchen Entwicklungsstand ist jemand. Ich sage mal, der junge Ausgelernte hat natürlich noch nicht die Möglichkeit, so viel Verantwortung zu übernehmen, wie derjenige, der schon zehn Jahre im Betrieb arbeitet. Also da kommen verschiedene Faktoren zusammen. Das kennen wir ja alle, wenn wir uns an kleine Kinder erinnern. Benjamin, ich weiß, du hast ja ein kleines Kind und dann kennt ihr vielleicht alle Situationen. Papa, ich kann nicht mehr laufen und dann musst du nur sagen, guck mal, da hinten ist ein Spielplatz und mit einmal hat das Kind wie durch ein Wunder wieder zwei funktionierende Beine und kann laufen. Also immer die Frage, wie ich das mache. Und meine Erfahrung ist, dass sich häufig Führungskräfte zu wenig Zeit genau dafür nehmen, Menschen zu beobachten, sie einzuschätzen und dann auch individuell zu fördern. Auch manchmal zu fordern. Auch der Schubs ins kalte Wasser, was Oliver eben sagte, finde ich auch gut. Aber dann natürlich begleitet, so nach dem Motto, ich schubst dich, aber ich bin immer in der Nähe, wenn du Hilfe brauchst. Ich frage manchmal in meinen Workshops, liebe Führungskräfte, mal ganz kurz eure Einschätzung. Wie viel Prozent eurer täglichen Arbeitszeit verwendet ihr für echte Mitarbeiterführung, also in Entwicklung? Meistens einigen wir uns auf so einen geschönten Wert von zehn Prozent der Arbeitszeit. Und da muss ich sagen, hey, das ist wenig. Also so kannst du keine Menschen entwickeln, wenn du die sozusagen nebenbei mitlaufen lässt, wie so ein Vater mit zehn Kindern und kann sich um keins wirklich kümmern. Also es ist auch eine Verantwortung, aber die Verantwortung lohnt sich, weil ich wiederhole es jetzt zum dritten Mal, jeder Mensch ist motivierbar. Armin, in unserem Vorgespräch hast du eine, wie ich finde, einen provokativen Satz in dem Zusammenhang gesagt. Hier steht, redet euch nicht raus. Ja, also ich meine, es gibt ja genügend Ausreden, die wir jeden Tag verwenden. Also ich habe keine Zeit, Sport zu machen oder das Wetter ist schlecht oder ich kann mich nicht gesund ernähren, weil mir die Zeit zum Kochen fehlt und, und, und. Ich bin doch selbst auch nicht der Heilige. Ich habe so viele Ausreden, die ich jeden Tag verwende. Aber überlegt mal bitte. Es gibt so eine Zahl, die ich immer wieder imposant finde. Die Fluktuationskosten eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin betragen über 30.000 Euro, wenn wir mal von einem durchschnittlichen Gesellenlohn ausgehen. So viel kostet es dich als Unternehmerin oder Unternehmer, wenn du einen Mitarbeitenden verlierst, weil du dich vielleicht nicht richtig um ihn kümmerst, weil du ihn falsch einsetzt, weil du ihn vielleicht auch falsch ausgewählt hast und red dich doch nicht raus, weil die 30.000 Euro, die tun dir auch echt weh als Betrieb. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Ja, also kümmere dich rechtzeitig um die richtigen Dinge und dann klappt es auch mit der Work-Life-Balance. Benjamin, ich glaube, du wirst irgendwann zu diesem Punkt kommen, dass zwölf Stunden am Tag nicht das Maß aller Dinge sein können. Egal wie gut oder schlecht du bezahlt wirst, das will ich jetzt gar nicht ansprechen, aber versteht ihr? Ich meine, ich bin ja auch in der Situation und Oliver, hey, wir sind alle immer verleitet zu sagen, komm, das Angebot schreibe ich noch, den Antrag reicht noch ein und dann ruft die Frau von unten, Schatz, 20 Uhr, komm mal runter und irgendwann sind die Kinder groß, ich habe zwei Töchter und zum Glück habe ich immer noch ein wenig darauf geachtet, dass ich mit den Kindern abends immer noch mal Conny mit der Schleife im Haar lesen konnte oder mal eine Runde Uno spielen konnte. Ich bin froh, dass ich das nicht komplett der Arbeit geopfert habe. Deswegen redet euch nicht raus, man lebt nur einmal. Nun haben wir ja ein paar negativ behaftete Überschriften beim Thema Handwerk, wenn wir uns das im Allgemeinen angucken, Stichwort Fachkräftemangel, volle Auftragsbücher, aber irgendwie kommt man zeitlich nicht gegen an. Oliver, du hattest vorhin auch schon die Krisen angesprochen. Was glaubt ihr denn, wie kann das denn besser gehen, auch mit Veränderung in der Gesellschaft auf der einen Seite, aber auch im technischen Fortschritt? Überschrift KI ist ja auch so ein Drohgebärde möglicherweise fürs Handwerk. Ist es das überhaupt oder ist es ein Mythos? Ich finde gar nicht, dass es ein Drohgebärde ist, sondern im Grunde ist das nach dem Kran und nach den Hebetechniken, die da ja vor Jahren dann entsprechend entwickelt worden sind und uns nach vorne gebracht haben, ist das wahrscheinlich der nächste Evolutionsschritt, dass wir nicht mehr mit einem Dreier-, Vierer-, Fünfer-Team irgendwo hinfahren, sondern dass wir in Zukunft dann vielleicht nur noch zu zweit da hinfahren und eben halt einen Roboter, der KI-gesteuert ist, dann dabei haben. Solche Sachen halt einfach, die dann oder es ist jetzt der erste Maler-Roboter vorgestellt worden und dann von einem deutschen Start-up in München am Anfang des Jahres. Also da sind ganz tolle Sachen auf dem Weg. Auf der anderen Seite von Unternehmer ist gerade das, was die KI jetzt, wenn man jetzt die Schriftpunkte nimmt, ChatGPT und ähnliche, dann kann man ja sagen, das sind ja Quantensprünge für uns. Wir können ja ein Schreiben nehmen, was wir bekommen haben und wo wir uns jetzt auch lange Gedanken drüber machen müssen, wie kann ich jetzt da am besten drauf reagieren, können wir entsprechend einscannen, da rein hinterlegen und sagen, bitte entwickel mir eine Antwort dazu. Dann kann ich doch meine Ergänzungen da reinbringen und habe eine Antwort, wo ich früher, weiß ich nicht, 15, 20 Minuten für gebraucht hätte, bin noch viermal unterbrochen worden, deswegen habe ich eine halbe Stunde gebraucht, kann ich jetzt in zwei Minuten unter Umständen erledigen, wenn natürlich die Kommandos entsprechend auch so sauber ist, dass auch das Ergebnis dabei rauskommt, was wir natürlich auch haben wollen. Das würde ja zum Beispiel die Perspektiven dann für Benjamin dann deutlich erhöhen oder verbessern, vor dem Hintergrund zwölf Stunden zu acht Stunden, wenn wir die Differenz jetzt mal einfach nehmen. und das würde Zeitgewinnen bedeuten, zumindest für die eigentliche Tätigkeit. Was braucht denn denn der Unternehmer, die Führungskraft in diesem Zusammenhang, um das auch nicht seinen Mitarbeitern beizubringen im Sinne von Können, sondern auch vor dem Hintergrund von Akzeptanz und der Fragestellung, wie attraktiv ist es dann im Handwerk tatsächlich zu arbeiten? Wir setzen uns noch nicht in den Maschinen und Geräten ein, soweit sind wir ja noch gar nicht bei uns im Gewerk, aber da, wo wir es jetzt im Moment einsetzen, ist halt eben bei jeder administrativen Tätigkeit im Grunde. Also ich kann, man kann ja jetzt auch mal so ein bisschen in die Glaskugel schauen und sagt, okay, wenn wir ein Projekt, was nachher einen Gesamtwert von einer halben Million, sage ich jetzt einfach mal, hat als Angebotssumme, da brauche ich heute unter Umständen sechs Stunden für mit Angebotseinholung und so weiter und so fort und gegebenenfalls muss sogar Azubine oder Azubi dann noch vorher schon nochmal den Handel kontaktieren Wenn das demnächst zum Beispiel über eine zentrale Stelle gemacht werden könnte, wäre uns ja riesig geholfen. Das heißt also eine KI, die den Leistungstext, der zu erbringen ist, auswertet, mir quasi schon die ganzen Produkte im besten Fall ausliest oder auswirft dadurch, dass eben die Bestimmungen, die eben in dem Leistungstext drin sind, wenn die KI das schon alles für mich vorbereiten kann, ich muss selber nicht mehr darüber nachdenken, kann gegebenenfalls auf Basis von anderen Kalkulationen, die wir schon gemacht haben, Vergleichswerte ziehen und schon eine Kalkulationsempfehlung aussprechen, dann machen wir aus einmal aus so einem Sechs-Stunden-Thema, unter Umständen zehn Minuten Vorbereitungszeit, eine halbe Stunde intensiv durchgehen nochmal, die Technik nochmal prüfen und gucken, ob das wirklich alles zu eins zu eins ist, Minutenwerte gegebenenfalls nochmal anpassen, weil die KI ja unter Umständen die Rahmenbedingungen an der Baustelle nicht kennt oder die Erschwernisse noch nicht genau definiert sind, dann habe ich so ein Angebot stehend in einer halben Stunde oder einer Stunde Maximum. Und das ist natürlich dann die Arbeitserleichterung, die dazu führt, dass man abends dann nicht mehr vier, fünf Stunden anders ist, sondern vielleicht dann nur noch eine Stunde. Also wenn man diese Visionen hat und auch die Vorstellung hat, wie sich so ein Berufsalltag für einen Handwerker oder Unternehmer dann verändern könnte, was braucht es dann im Kontext Führung in Bezug auf meine Mitarbeiter? Das Verständnis dafür, wie diese Arbeitserleichterung nachher Früchte trägt. Wir haben im Neubaubereich wenig Arbeit. Das heißt also, wir müssten eigentlich mehr Angebote schreiben, gerade die Unternehmen, die jetzt nur im Neubau tätig sind. Nehmen wir mal den Rohbauer, der hat ja ausschließlich Neubauten. Der ist natürlich happy für jedes Angebot, was er mehr rausschicken kann nachher. Das sind dann wiederum die Anreize, die dann auch für die Menschen da sind, dann auch KI entsprechend in der Zukunft einzusetzen. Also im Grunde geht es um dieses Thema Vertrauen und Arbeitserleichterung. Die zwei Sachen in Kombination führen dazu, dass das zugelassen wird, dass diese Techniken und diese Möglichkeiten dann auch in Zukunft dann auch eingesetzt werden können. Benjamin, was würde dir denn als zukünftigen Unternehmer helfen vor dem Gedanken, du hast Mitarbeiter zu führen, was dir möglicherweise in der Vergangenheit gefehlt hat? Ja, auf jeden Fall Administration, Buchführung etc. Diese ganzen Themen, das nimmt ja nur auch unheimlich viel Zeit in Anspruch. Man kann mit der Drohne über ein Objekt rüberfliegen und Aufmaß machen und so weiter. Aber ich finde, selber vor Ort sein, mit dem Kunden sprechen, das ist für mich auch, glaube ich, wichtig. Diese Kundenbindung. Nicht mit dem neuesten Gerät da auftauchen. Manche mögen das auch eher, dass du ein Zollstück oder ein Bandmaß rausnimmst und nochmal selber tätig wirst, auch als Chef. Oder vielleicht auch einfach selber die Hand nochmal anlegst. Für mich wäre es, glaube ich, wichtig, wenn, wie Oliver auch schon gesagt hat, diese Admin-Geschichten, wenn die über Software, über KI vereinfacht werden könnten. Weil das, dieser Büroaufwand, den du hast, nach deiner getanen Arbeit, der ist immens. Und wenn man da Unterstützung kriegen könnte, das wäre schon enorm. Dann könnte man sich auch viel mehr um die Mitarbeiter kümmern, was Fortbildung, was Weiterbildung angeht, was Wünsche angeht. Wenn wir über Unternehmung und Selbstständigkeit sprechen, für was steht denn eigentlich so ein Selbstständiger oder so ein Unternehmer? Also welche Werte stehen denn aus dessen Sicht so dahinter? Armin, vielleicht besprecht dir solche Dinge ja auch im Rahmen der Führungswerkstatt. Stichwort Wertvorstellung, sowohl im Unternehmertum selbst, als auch in Bezug auf das Handwerk dann ganz konkret. Also ich merke eines, dass sich viele Unternehmerinnen und Unternehmer wieder so ein bisschen rückbesinnen und feststellen, stimmt. Eigentlich sind wir ins Handwerk gegangen, weil wir etwas schaffen wollen. Und was machen wir? Wir verwalten ganz viel. Und das Thema KI, wie Oliver das eben erzählt hat, kann auch im Handwerk eine große Chance sein, eben administrative Tätigkeiten zu reduzieren. Benjamin hat ja keinen Bock auf Buchhaltung, was ich super verstehen kann. Das ist auch das Erste, was ich als Selbstständiger delegiert habe, an Steuerberater. Aber größte Dinge müssen wir machen. Ich muss auch Angebote schreiben, Benjamin. Und auch ich sitze da und denke, ach Gott, können die Kunden nicht einfach mal sagen, sie beauftragen mich? Nein, müssen die noch ein Angebot bekommen? Ich glaube, zwei Dinge sind nochmal wichtig, vielleicht nochmal ein bisschen auf das Thema KI einzugehen. Bitte sprecht auch mit euren Mitarbeitenden und nehmt denen die Angst. Viele haben echt Angst, dass sie durch KI arbeitslos werden. Im Handwerk wird keiner arbeitslos. Gebt euren Mitarbeitenden die Sicherheit, dass KI keine Arbeit wegnimmt. Und den Unternehmern empfehle ich, besinnt euch auf die Werte, die euch immer schon wichtig waren, weswegen ihr ins Handwerk gegangen seid. Etwas schaffen, natürlich auch sich um Menschen kümmern. Am Ende gemeinsam auch mal Erfolge feiern, mal wieder sagen, komm Jungs und Mädels, heute Abend gehen wir eine Pizza essen oder ich gucke, dass ich meine Mitarbeiter schule oder wir sehen zu, dass alle gute Arbeitskleidung haben, gutes Werkzeug, dass wir Spaß haben. Dafür stehen wir doch als Unternehmer auch ein, gerade im Handwerk. Das ist ja der Unterschied zum großen Konzern, wo ich als Abteilungsleiter ein Gehalt bekomme, aber mein Vorstand nie zu Gesicht bekomme. Miteinander, das finde ich ganz wichtig im Handwerk. Du hast eben gesagt, Armin, nimm den Mitarbeitern die Angst, dass sie arbeitslos werden, weil vermeintlich KI ihren Arbeitsplatz ersetzen könnte oder ihnen die Aufgaben wegnehmen könnte. Was sind denn so wertschätzende Aspekte im Rahmen eines Unternehmers im Handwerk? Was macht ihr dort? Ja, ich kann vielleicht eine aktuelle Geschichte sogar erzählen. Wir haben nämlich am letzten Freitag bei uns eine große Handwerksgala gehabt und haben alle Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter samt Partner eingeladen. Da waren auch ein paar Industrievertreter dabei und da wurden unsere Jubilaren ausgezeichnet. Also wir haben fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre und 25 Jahre ausgezeichnet und das glaube ich ist eine Wertschätzung, die schon mal seinesgleichen sucht. Also die Industrievertreter, die auch gesprochen haben, waren auch sehr positiv angetan, weil es sowas in der Art dann eher weniger gegeben hat. Man sprach von der Bambi-Verleihung und ähnlichem, aber so viel erstmal dazu. Ich glaube, das Thema Erfolge feiern, dieses Thema Weiterentwicklung feiern, gute Jahresergebnisse auch berücksichtigen, aber auch persönliche, individuelle Leistungen oder Weiterentwicklungen halt einfach auch entsprechend wertschätzen, anerkennen, das sind die allerwichtigsten Punkte. Naja, und ich glaube, Wertschätzung kann man auch über das Bourg-Monnaie geben, indem man zum Beispiel gute Leistungen vielleicht auch anders vergütet. Man kann ja vielleicht auch darüber nachdenken, zum Beispiel wieder so ein bisschen auch leistungsorientierter zu bezahlen, dass die Menschen, die im Unternehmen sind, die wirklich sich richtig einbringen und wirklich nach vorne gehen, sowohl in dem täglichen Tun, das kann man ja gut über Zeitwerte dann ja auch darstellen, auf der anderen Seite aber auch durch gute Ideen, die eingebracht werden, halt einfach entsprechend zu honorieren und dann auch mal sagen, okay, du brauchst mal ein Auto für den Abend, weil du einen Schrank hin- und herfahren musst, das ist ja überhaupt kein Problem, mach mal, weil du bringst dich auch ein in so ein Unternehmen, dann sollst du auch was davon haben, dann ist der Schrank das kleinste Problem, wir haben. Was ist Wertschätzung aus deiner Sicht, Benjamin, in Bezug auf Arbeit im täglichen Landwerksbetrieb? Wertschätzung ist auf jeden Fall auch regelmäßigen Mitarbeitergespräche führen, die Mitarbeiter anhören, was ist denen wichtig, was ist denen negativ aufgefallen, auch zu meiner Rolle als Unternehmer, was kann ich besser machen, einfach auch den Mitarbeiter anhören, seine Wünsche anhören, miteinander an Umsetzungen arbeiten, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Rolle. Ein tolles Jahr gehabt, das tolle Jahr habe ich aber auch nur gehabt, weil ich die Mitarbeiter hatte, die mit mir das Jahr so toll gearbeitet haben und auch so toll umgesetzt haben und dann kann ich auch meine Prämienzahlung an die Mitarbeiter ausschütten. Weihnachtsfeiern, Sommerfeste, einfach mal Grillabend, komm her, ich gebe eine Wurst und ein Bier aus. Viele Mitarbeiter sind damit schon zufrieden. Armin, was besprecht ihr in der Führungswerkstatt zu solchen Themen? Genau, die Themen, die die beiden Kollegen hier aufgeführt haben, vielleicht eine kleine Ergänzung, Benjamin, aber das wirst du sicherlich auch berücksichtigen. Ich habe ja viele Kunden, die ja, ich sag mal, Mitarbeitende aus ganz unterschiedlichen Kulturen haben und ich fand das total cool, dass einer meiner Kunden mal erzählte, sie hätten einen Abend gemacht für die Mitarbeiter, auch wieder, komm, wir feiern ein bisschen unseren Erfolg und die haben, weil sie eben sehr viele Mitarbeitende mit muslimischem Hintergrund beschäftigen oder Kultur, haben sie einfach abends mal ein türkisches Buffet auffahren lassen vom Restaurant, einfach mal als Wertschätzung gegenüber den Handwerkerkollegen, die sich oftmals dann im Handwerk zurückhalten müssen, weil es wieder mal nur Mettbrötchen gibt oder nur Bier oder nur Bratwurst, wo dann eben viele sagen, tut mir leid, das konsumiere ich nicht. Nur mal als kleiner Hinweis, also wir unterscheiden natürlich immer so von fachlicher Seite immer zwischen extrinsischer Motivation, also alles, was in den Außen kommt, also das Grillfest, die Vergütung, die Prämie, das Event und intrinsischer Motivation, die von innen herauskommen. Das, was Benjamin eben sagte, auch die Mitarbeiter beteiligen, sie motivieren, dass sie sich selbst einbringen und entwickeln können, dass sie Sinn in ihrer Arbeit sehen. Ich frage oft die Mitarbeiter in Handwerksbetrieben, wisst ihr eigentlich, was das Unternehmensziel eures Unternehmens ist für dieses Jahr? Die meisten zucken mit den Schultern, wissen sie es nicht. Ja, mehr Geld verdienen. Ich sage, ja gut, das muss jedes Unternehmen. Aber wisst ihr, wo euer Unternehmen sich hin entwickeln will? Nö. Und da sage ich immer zu den Inhabern, hey, sprecht doch mit euren Mitarbeitern darüber, weil wenn die sich identifizieren, wenn die sagen, ja, wir wollen in der Region der modernste Anbieter für PV-Anlagen werden. Ja, cool, super. Dann haben sie schon mal eine Idee, wo es hingehen soll und das motiviert Menschen. Und das finde ich cool, weil ich höre auch ganz oft junge Mitarbeiter, also nicht nur Jüngere, auch Ältere, aber die sagen, ja, cool, unser Unternehmen macht das und das oder wir haben jetzt das und das eingeführt. Die haben so ein Wir-Gefühl und das entsteht nicht nur durch Geld, auch manchmal, aber es entsteht eben auch durch Information. Lasst die mit teilhaben, diskutier mit denen, sprich mit denen, was ihr für Pläne habt und mit einmal sagen die, ja, bei uns in der Firma, also als wäre das ihre Firma. Das ist doch das Beste, was ein Chef tun kann. Ich will drüber gehen zum Mythen-Check. Oliver, früher war alles besser, man hat im Handwerk heute keine Perspektiven mehr. Das stimmt nicht. Also der Spruch, früher war alles besser, ist ja so, der ist ja so alt wie was weiß ich was. Das geht auch nicht nur fürs Handwerk. Also früher musste die Pyramide noch per Hand erbaut werden, da gab es keine Möglichkeiten in der anderen Form Unterstützung zu erfahren. Die haben wir heute, dafür haben wir andere Aufgabenstellungen. Die Aufgabenstellung hat sich einfach nur verlagert und wir müssen uns einfach dieser Herausforderung stellen. Da bringst du mich jetzt auf meine durchaus provokante Aussage, Armin, die gebe ich dir jetzt mal. Analog ist traditionelle KI im Handwerk. Ich hatte noch so einen Spruch auf den Lippen, sagt man Freund gerne, früher war alles aus Holz, aber mir fällt eben auch noch ein, dass Zukunftsforscher ja immer schon gesagt haben, wir Menschen hatten immer schon Angst vor der Zukunft, wenn es irgendwie eine Veränderung in der Gesellschaft gab oder in der Technologisierung. Also Dampfmaschine war so ein Thema, hat ja auch viele Arbeitsplätze gekostet, aber auch wieder neue geschaffen, Eisenbahn, das Telefon, Computer und so weiter. Also ob wir jetzt über analog oder digital sprechen, jede Zeit bringt ihre Veränderung durch natürlich heutzutage viele auch technologische Entwicklungen, aber auch medizinisch. gesellschaftlich. Ich denke, interessant ist immer zu schauen, wie kann ich als Unternehmer oder als Mitarbeitende für mich darin eben eine Chance sehen, statt jetzt daran zu verzweifeln oder vor Angst zu erstarren. Von daher analog und digital ist gar nicht das Entscheidende, sondern ich glaube, die Veränderungsbereitschaft von uns Menschen ist entscheidend. Wenn wir die haben, dann kann uns allen nichts passieren. Ich habe noch einen. Nur große Unternehmen haben den Handlungsfreiheit, um die neuen Anforderungen Aufgaben zu bewältigen. Nein, das glaube ich nicht. Jedes Unternehmen kann Aufgaben bewältigen. Ob ich jetzt groß bin, ob ich jetzt 60 Mitarbeiter groß bin oder 10 Mitarbeiter groß bin, das ist doch eigentlich egal. Was für Aufgaben ich übernehmen kann, welche Größe diese Aufgabe sein kann, dass ich sie stemmen kann mit meiner Personenzahl, das ist, glaube ich, die Frage. Also ich kann jetzt nicht mit einem Zehn-Mann-Betrieb drei Dachsanierungen über 500 Quadratmeter machen. Das werde ich einfach nicht schaffen. Ich glaube, ich muss einfach für mich selber entscheiden, was für meinen Betrieb an Größe der Aufträgen richtig ist. Dann habe ich zu guter Letzt die teils mangelhafte Ausbildung. Ist Schuld daran, dass ich als Handwerkerin oder Handwerker nicht weiterkomme? Nein, sehe ich nicht so, denn ich bin ja auch selber dafür verantwortlich, ob ich mich entsprechend einbringe und selber für meine Ausbildung einsetze oder ob es dann nur eben von außen kommt. Das ist immer wieder bei der Motivation intrinsisch-extrinsisch. Ich muss selber dafür Sorge tragen, dass ich die Entwicklung nehme, die ich mir vorstelle. Und dann kann das, was von außen kommt, kann mich unterstützen, das kann mir helfen. Da kann auch mal der Arschtritt dabei sein. Aber im Grunde ist die Person in allererster Linie für sich selber verantwortlich und muss ihren Weg selber gehen. Sonst wird ja auch so eine Meisterschule jetzt auch in der Konstellation wie bei dir dann nicht funktionieren. Wenn du nicht motiviert an diese Geschichte rangehst und nicht selber sagst, ich will das unbedingt schaffen, dann hat das keine Chance. Also das kommt immer von mir von innen heraus. Ja, vielen Dank für eure Plädoyers in Bezug auf die Mythen, die ich hier dargestellt habe. Zum Abschluss hätte ich gerne so ein kleines Fazit von euch, so die Dinge auf den Punkt gebracht mit Blick auf das Thema Führung. Wenn ihr den Hörern sagen könntet, liebe Unternehmer, liebe selbstständige, angehende Führungskräfte im Handwerksunternehmen, das empfehle ich euch. Amen. Also, liebe Handwerkerinnen und Handwerker in Führungspositionen, wenn ihr eure Mitarbeiter führt, als wären sie kleine Unternehmerinnen und Unternehmer im Unternehmen, also dass sie motiviert arbeiten, dann macht ihr den geilsten Job dieser Welt. Ihr arbeitet in einem Job, der etwas schafft, der nie Existenzsorgen haben muss, wenn er einen Job gut macht und lukrativ darf es auch sein. Also, wenn ich eine zweite Chance im Leben bräuchte für einen Job, würde ich gerne ins Handwerk kommen. So toll finde ich die Chancen, die ihr im Handwerk habt. Danke dir. Benjamin, wie ist dein Fazit und dein Plädoyer für das Handwerk an die Hörerinnen und Hörer? Wie ich am Anfang schon gesagt habe, mein Quereinstieg, ich bereue gar nichts. Ich bin froh, diesen Schritt gemacht zu haben. Ich bin froh, das Wissen mittlerweile erreicht zu haben, was ich jetzt mittlerweile erreicht habe. Und ich bereue es auch nicht, die Meisterstudie jetzt angetreten zu haben, obwohl sie echt schwer ist. Handwerk hat einfach einen goldenen Boden. Und ich betitel das immer so, nicht die Anzahl der geleisteten Arbeit am Jahresende ist immer nur ausschlaggebend, sondern ich mache lieber etwas weniger, dafür qualitativ gut. Zu guter Letzt, Oliver, das ist dein Fazit und dein Plädoyer. Bevor ich dazu komme, Armin, wir haben noch Plätze im Handwerk frei, also du bist jederzeit eingeladen, du kannst also den Job jederzeit machen. Den Ball musste ich jetzt aufnehmen. Danke. Das, was ich mitgeben möchte, ist das, was mich am meisten weitergebracht hat. Und das habe ich eben am Anfang auch schon mal einleitend gesagt. Der Austausch mit anderen Selbstständigen, anderen Unternehmerinnen, Unternehmern ist absolut Gold wert, denn da wird über Praxis gesprochen, da wird über das gesprochen, was wirklich da draußen passiert. Es gibt ja auch Geschichten, die kann man ja gar nicht in Worte fassen. Aber wenn man sich dann anguckt in so einem Gespräch, in so einem Abend oder in so einem Workshop oder Ähnlichem und man sich dann in den Austausch begibt, dann weiß der andere, wie man sich dann fühlt oder wie die Situation dann gerade ist. Thema Führung, eines der anspruchsvollsten Aufgaben unserer Zeit. So alleine der Umgang mit Menschen und was lässt man bis zu welchem Punkt mal laufen, wo fängt man ein zu haken, wo packt man an und so weiter. Das sind Sachen, das kann man nicht alles können und nicht alles wissen. So deswegen mein Plädoyer an der Stelle, geht in den Austausch, vernetzt euch mit anderen Unternehmern, Unternehmerinnen, Selbstständigen und schaut, dass ihr abguckt, dass ihr euch wiederfindet, dass ihr prüft, ob ihr die Szenarien, die da beschrieben werden, ob ihr die in irgendeiner Form für euch nutzen könnt und ob ihr das, was da eben halt schon an Erfahrung ist, für euch implementieren könnt. Also letztendlich auch ein Stück weit Führungskräfte, Entwicklung über die Zeit, Erfahrung sammeln, ein guter Punkt in dem Zusammenhang. Ohne geht es nicht. Ja, ich bedanke mich für die freundliche und sehr unterhaltsame Runde und auch, wie ich finde, sehr informative Runde zum Thema Führungskräfte, Werkstatt. Ich möchte explizit darauf hinweisen, dass wir bei der IKK Klassik für das Handwerk, für Führungskräfte im Handwerk, die Führungswerkstatt nach den Sommerferien wieder in Seminarform anbieten werden. Und insofern, wer Interesse daran hat, darf sich gerne melden. Das war's dann für heute. Oliver, vielen Dank, dass du gekommen bist. Danke für die Erinnerung. Benjamin, vielen Dank, dass du gekommen bist. Und Armin, du bist nicht hierher gekommen, aber du bist da online. Vielen Dank auch für dein Mitmachen. Sehr gern. Ja, das war's für heute. In Kürze erscheint dann die nächste Folge von Alles geregelt. Dabei geht es dann um das Thema Nachwuchskräfte finden und binden. Und vielleicht haben Sie bis dahin ein paar Minuten Zeit, uns in Ihrer Podcast-App zu bewerten. Wenn Sie Fragen, Lob, Kritik oder Themenvorschläge haben, schreiben Sie uns gerne an. Alles geregelt at ikk-klassik.de oder auf den bekannten Social-Media-Kanälen der IKK Klassik. Ich verabschiede mich. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.